Wir sind in Biedefeld angekommen und wir fahren gleich Bus hier zur Richtung Teutoburger Wald oder wie das heißt. Und dann pennen wir irgendwo draußen. Es wird wieder richtig geil. Kurze Pause, weil wir gucken uns meine Premiere an, damit ich mit euch im Chat interagieren kann. Leute, die Premiere ist vorbei und weil ich die ganzen letzten 20 Minuten hier die ganze Zeit im Schneidersitz gesessen habe, ist mein Fuß eingeschlafen. Das fühlt sich lustig an. Das kribbelt so komisch. Aber jetzt laufen wir weiter nach da lang. Zum nächsten Bus oder so, um dort irgendwie zum Richtung Teutoburger Wald oder so hinzufahren. Ich bin eine dreckige, verdreckte Drecksau. Wir haben hier diese verschmierte Bushaltestelle gefunden und der Bus, der fährt in zwei Minuten, wie das hier steht. Oh Scheiße, diese Anzeige ist falsch. Und zwar, der Bus ist nicht gekommen und jetzt steht da gar nichts mehr drauf, dass der Bus jetzt in einen Moment fährt. Und der darauffolgende Bus, der kommt erst in einer Stunde. Das heißt, wir laufen mit beiden nach Richtung Dalak erstmal. Aber das sind nur drei Kilometer bis bis dahinten hin. Zu dieser Hütte, diese Schutzhütte, die wir navigiert haben. Zum Rumpennen. Guckt euch mal an, über was wir hier gerade rüber laufen. Über diese komische Brücke hier vorne. Mit da, wo hier diese Züge und sowas hier durchfahren. Diese überfüllten 9-Euro-Ticket-Züge. Und da hinten diese ganzen Autos und Fahrzeuge, die hier diese ganzen Abgasen produzieren. Boah, sind die widerlich. Das sind so eine richtigen, überfüllten 9-Euro-Ticket-Züge. Da ist einer hier unten durchgefahren. Unter dieser verranzten Brücke hier. Mit Nass dran. Hier vorne ist Weg mit Schwierigkeit. Und das ist richtig beschissen, diesen Scheißwagen hier hochzuschieben. Und hier vorne liegt eine durchfallfarbene nackte Nacktschnecke. Die läuft hier rum. Seht ihr das? Aber trotzdem ist dieser Weg voll scheiße, das hier mit diesem Wagen da hochzulaufen. Der geht irgendwie nach oben hoch oder so. Der ist richtig widerlich. Der strengt an oder so. Ähm, dauert nicht mehr so lange. Und dann kommt bald Dunkle. Und dann muss ich meine nervige Kopflampe auf meinen Kopf drauf machen. Und damit nicht uns das hier alles anleuchten kann. So, wir sind ein Stückchen weiter gelaufen. Und guck mal, guck mal hier. Wir haben hier unseren Schlafplatz gefunden. Das sieht richtig cool aus. Hier mit Bänke und Tischen. Das ist auf jeden Fall ein wunderschöner, wie heißt das Ding? Schutzhütte. Die gefällt mir auf jeden Fall. Und hier wären wir gleich auf dem Tisch. Und dieser Tisch ist wunderschön breit. Also man könnte sich hier einfach drauflegen. Oder hier auf diese Bänke. Die Bänke, die reichen auch vollkommen aus. Die haben so eine wunderschöne Breite. Und äh, genau. Hier werden wir gleich oder, oder bald kochen. Free Essen machen. Ich werde schon wieder so ein richtiges Fest mal zubereiten. Da drüben sind Monster mit Hörnern auf dem Kopf drauf. Die gucken uns an. Die pennen genau neben uns. Die haben so einen richtigen Vollfett-Hörner. Und ähm, Euter. Die man so anfassen kann. So, jetzt wird Fressen gemacht. Jetzt wird erstmal Nudelwasser, ähm, 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 so gemacht, dass dann gleich Blasen kommen. beziehungsweise dampf und sowas diese ganzen abgasen vor diesem nudelwasser guckt euch mal diese ganzen blasen hier vorne an das heißt jetzt können diese diese verschmierten drecken diese vergammelten nudeln hier rein und salz so auf die nudeln sind fertig und jetzt wird selber hier schweidegulasch gebraten das wird jetzt richtig eingebraten bisschen öl es wird gleich so ein richtiges fest mal sein ein bisschen pfeffer rein jetzt noch ein bisschen kochen lassen so friessen ist fertig ich werde das jetzt auf dem teller drauf machen so friessen ist fertig und während währenddessen ich fresse muss noch portion nummer zwei gebraten werden so und währenddessen das portion zwei gebraten wird wird jetzt gefressen das ist unser abends fressen schmeckt wieder mal mega geil richtig geil das ist ein richtig geiles abends fressen kann ich nur empfehlen so wir haben gerade aufgegessen und portion zwei ist hier drin gelagert aber weil der hunger jetzt gerade nicht groß genug ist für portion zwei werden wir das morgen mittag aufwärmen und so lange bleibt er hier im topf drin und das und darauf werden wir erstmal ein ein schwarztee saufen genau hier ist schwarztee drin und das hier das wird jetzt warm gemacht damit wir gleich schwarztee saufen können damit wir das so richtig in unser maul fließend reinschieben können und danach auspüssen nachdem wir das gemacht haben also nachdem wir diese schwarztee gesoffen haben so der tee ist fertig und eben gerade scheiße passiert und zwar diese gaskartusche ist leer gegangen da ist kein gas mehr drin ich habe nur diese eine dabei gehabt das ist richtig widerlich das heißt das essen die portion nummer zwei was ich für morgen mittag gemacht habe die können wir morgen nicht erwärmen wir müssen das kalt fressen und wir können morgen keine koffein machen das ist richtig widerlich das ist richtig scheiße das mag ich nicht hätte ich bloß zwei gaskartusche mitgenommen aber jetzt wird erstmal Tee gesoffen ist noch zu heiß aber aber trotzdem Tee saufen draußen ist auch geil da macht auch freude drauf das ist voll cool und ich glaube meine kameralampe wird ja auch jetzt leer ich musste ja Powerbank anschließen der Tee ist ausgetrunken und ich bin immer noch eine hetero drag store die für alles zu haben ist und darauf gehen wir jetzt pennen so jetzt wird frühstück gemacht und zwar fressen von gestern aber leider kalt weil diese gaskartusche leider alles ist richtig widerlich es war richtig geil wenn man es nochmal warm machen könnte mit koffein und sowas aber es muss gefressen werden aber ich habe gerade keinen behälter hier das schmeckt zwar beschissener als wenn das warm gemacht ist aber es schmeckt das kann man fressen ich hätte jetzt so richtig bock auf koffein noch eine koffein herstellung ich bereue das dass ich nur eine gaskartusche mitgenommen habe die fast leer war die sachen sind geparkt müll ist im mülleimer weggeschmissen der ist dahinter und das hier ist diese schutzhütte wo wir gepennt haben und jetzt laufen wir nach richtung bielefeld um dort einzukaufen wir sind gestartet und jetzt laufen wir den ganzen weg wieder zurück zum bielefeld dort zu dem biergeschäft jetzt muss dieser widerliche wagen mich hier runter geschleppt werden das hat dieser weg der hat gestern so richtig genervt das hier hoch zu schleppen aber das hier runter zu schleppen ist auch richtig beschissen weil hier auch diese ganzen scheiß steine sind die hier den rad hier verklemmen und sowas also hier sind ganz viele diese vollfett schottersteine die sind richtig nervig die sind voll belästigend ach so wir haben diesen hügel mit diesen komischen voll mit diesem fettigen vollfett kieselstein drauf den sind wir runtergelaufen guck mal wir laufen jetzt hier schon wieder über diese gleise rüber also da wo diese ganzen züge hier lang fahren diese ganzen 9 euro ticket züge die überfüllt sind und sowas und andere züge auch die fahren hier auch drunter durch da vorne ist dieser verschmierte marktkauf wir werden da jetzt einkaufen gehen wir haben gerade eingekauft gibt was gibt was gibt was guck mal wir warten gerade hier in dieser bushaltestelle damit wir gleich bus fahren können unser bus kommt angerollt wir sind hier so angekommen und wir laufen jetzt ein kilometer ungefähr bis zu einem gebäude zu einem lost place laufen wir jetzt hin ach so wir sind doch nicht zu einem lost place gelaufen das habe ich euch nur gesagt damit ich den spannungseffekt im video drin habe und und guckt mal wir sind hier am wegesrand und wir legen uns hier eine runde pennen ein bisschen mittagsschlaf halten es ist richtig gechillt bis in den nächsten ein zwei oder drei stunden also wir haben wir haben uns ein bisschen verlegt gehabt und zwar wir haben eben gerade da drüben gelegen und wir liegen jetzt hier neben den gleiss schienen weil das ist lustiger von irgendwelchen zügen belästigt zu werden weil die weniger faden als autos und so was und weil autos die nerven rum und so und genau deswegen haben wir uns hier eingelegt da wo die ganzen züge sind als zum für mittagsschlaf ja mein bruder hält mittagsschlaf und ich chill hier so ein bisschen rum weil ich glaube ich bin ich bin jetzt gerade nicht müde genug dazu deswegen chill ich hier einfach nur rum aber hier sind bisher nur immer diese 9 euro ticket züge durchgefahren bach diese wespen die nerven mich ach so das ist auch der einzige grund wo ich manchmal ein pullover hier über mein bier hier rüber lege oder immer sonst diese ganzen wespen reinkommen der mir jetzt gerade hier ins maul dran geflogen ist das ist eine richtig nervige wespen die müssen weg diese ganzen züge die belästigen uns die stören uns beim beim rumpennen so ich habe doch noch eine stunde hier herum gelegen und geschlafen so ein bisschen und ich bin genau in diesem moment eingeschlafen als mein bruder aufgestanden ist als er ausgeschlafen war dann genau in diesem moment habe ich mich hingelegt um zu schlafen wir laufen jetzt zur nächsten bus haltestelle um mit dem bus zum hauptbahnhof hinzufahren jetzt wird unsere wertvolle zeit von dieser bahn schrank hier belästigt weil hier dieser dieser widerliche zug hier durchkommt ist ja richtig ekelhaft aber jetzt können wir langsam rüber wenn das hier hoch kommt jawohl jetzt können wir rüber wir sind gerade in bielefeld hauptbahnhof angekommen und wir fahren jetzt zu einer anderen ortschaft hin das ist nur unsere umsteighaltestelle das hier das ist unser verranster zug hier müssen wir jetzt einsteigen in diesem video habe ich eine mehrtageswanderung mit draußen pennen gemacht und da war mein bruder auch dabei gewesen diese tour die war richtig lustig Oh diese tour die war richtig lustig Hiche programmes